Mordfall Kennedy Wer wollte den Präsidenten loswerden? 1963 erschütterte die Ermordung John F. Kennedys in Dallas die Vereinigten Staaten und die Welt, und Generationen von US-Amerikanern sollten sich über Jahrzehnte erinnern, was sie zum Zeitpunkt des Attentats am 22. November 1963 gerade taten. Bis heute lässt der Mord am US-Präsidenten viele Fragen offen. Im Zentrum der Spekulationen steht vor allem die Frage, ob der mutmaßliche Kennedy-Mörder Lee Harvey Oswald wirklich ein Einzeltäter war, und wenn nicht, wer die Drahtzieher des Attentats waren. Kaum ein Ereignis der US-amerikanischen Geschichte hat eine vergleichbare Flut an Publikationen und leidenschaftlichere Debatten ausgelöst. Zahllose Bücher, Websites und Filme befassen sich mit dem Fall, und spektakuläre Werke wie Oliver Stones pseudodokumentarischer Film JFK fanden auch Jahrzehnte nach der Tat Millionen Zuschauer weltweit. Anhänger der offiziellen Version und ihre Kritiker bekämpfen sich bis heute und werfen sich gegenseitig vor, mit der Beweislage, selektiv und subjektiv umzugehen, unliebsame Indizien zu ignorieren und die Lösungsansätze der jeweils anderen Seite zu diskreditieren. Neben den Ergebnissen der offiziellen Untersuchungskommission ist eine Vielzahl anderer Versionen in Umlauf, was es mit der Ermordung John F. Kennedys wirklich auf sich haben könnte. Ende November 1963 besuchte US-Präsident Kennedy Dallas, um seine Wiederwahl im schwierigen Bundesstaat Texas bei den Präsidentschaftswahlen im folgenden Jahr zu befördern.